Wir sind jetzt gerade aus der Venue los, um zu Hasburger zu gehen. Weil Chris ja ein bekennender großer Fan von Hasburger ist. Was sehen wir jetzt hier gerade? Hasburger hat zu. Was sehen wir da gerade? Einen gebrochenen Mann. Nun ja. Diese Toilette hat him, Wille Wallow, höchstpersönlich benutzt. Also wir vermuten es zumindest, wir hoffen es. Wir wollten Tantisch. Ja, es riecht so. Ich wollte schon dranblecken. Was machst du hier? Hi, ich bin Erika und ich bin hier, um zu Tattoo Chris. Erika, wer? Erika, von Fantasia Tattoo. Tampere. Tampere? Ja. Finnland. Tampere. Tampere. All right. So, catch that lady and get a tattoo. You can have dolphins in all colors. But only dolphins. Oh, everything I think. Und hier stand er mindestens einmal nackt und hat geduscht. Wie fühlt es sich an wie der zurück? Es ist tatsächlich so ein bisschen wie nach Hause kommen. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber als wir durch die Straßen gefahren sind, so dieses, hey, guck mal hier und guck mal da. Das hatten wir zwar auch in St. Petersburg, aber hier sind wir halt echt schon zum fünften Mal halt. Wenn du dir das mal durch den Kopf gehen lässt. Das erste Mal eine eigene Show. Ich bin sehr gespannt. Hier hat er sich seine Pickel ausgedrückt. Da hat er Lachs gegessen, genauso wie wir es getan haben. Dann ist er hier so lang gegangen und hat hier nochmal gekackt. Und dann hat er sich hier nicht die Hände geputzt. Weil die Kacke von Willi Wallo ist heilig. Die bräucht Platz. Die muss an seinen Fingern kleben bleiben. So, dann ist er hier weiter gegangen und hat den Tausenden von Menschen zugejubelt. Egal sie doch sind. Knacken ist das nette Wort für Fake. Verstehe ich nicht. Und der Willi, der kommt vielleicht auch. Der Willi Voldemort. Ja, der hat mir eine Nachricht geschrieben von wegen, ey, Alter. Ach, da ist er gerade, ne? Ja. Oh, warte. Das ist Willi. Oh ja, das ist er tatsächlich. Der Willi zählt, ne? Ja. Das schreibt er. Ja, das geht teilweise spielen. Ich wünsche dir, ja, 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 nee. Alter, ich muss ihm ständig absagen, dass ich nicht in diese beknackte... Also die Band ist super, aber ich meine, euch Jungs würde ich niemals verlassen. Erfolg hin oder her. Ja, aber das wäre mir echt, ey, ich verkauf meine Serie nicht an den finnischen Teufel. Verstehe ich nicht. Next. Tobias Mattens. I will obey. I will obey. That's great. I will. So, hier gibt's Wasser. Wasser für den Tobi. Für sonst niemanden. Für niemanden sonst. I am very fucking excited, because besides me, this is Douglas Blair from Murray. W.A.S.P. Wow! Ah! 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 Aber für alle, die nicht wissen, wer das ist, ja? Das ist nicht nur der Gitarress von Wasp, das ist doch der, der 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 Solo gespielt hat auf I Sleep When You're Dead. No, stimmt. Yeah. Ich verstehe. Ich weiß, ja. Ich spiele sehr schnell und gut in dieses Song. What kind of language is that? Das ist fortgefogend. Ist es Hungarisch? Ich bin auch wirklich Hungarisch. Es ist Hungarisch, es ist Hungarisch. Hungarisch. Da geht es die Pizza von der Lost. Das ist jetzt in den Kopf. Vielen Dank. Nächste Zeit, ich werde auf dem Spiel gehen, oder sonst werde ich in das System spielen. Ja, alle Fehler, die ich heute gemacht habe. Es war nicht wegen mir. Es war wegen dir. Aber die beste Bewegung, die ich stehle, ist... Es ist nicht... Das war die beste Bewegung. Das war die beste Bewegung. Das war die beste Bewegung. Oh, wir haben wirklich Gerrit Dürer. Lieber Dr. Marc Benecke, du weißt ja, Freunde müssen Wort halten. Und ich habe dir versprochen, zugesagt, mit Hand drauf, dass ich mir genauso wie du eine kleine blaue Banane, sprich einen Delfin, tätowieren lasse. Und ich halte heute hier in Helsinki Wort und lasse mir jetzt von dieser Dame einen Delfin... tätowieren. Oh mein Gott, der Dolphin. Ich habe hier Bier, weil man ja beim Tätowieren auf jeden Fall mal Alkohol trinken muss. Das verstehe ich nicht. Und äh... Cola? Das verstehe ich nicht. Wir fügen an dieser Stelle ein wenig traurige Musik ein. Bitte. Jetzt. Ich bin wirklich fängig. Ich bin wirklich jetzt. Ich mach dir jetzt. Ja. Ich werde es jetzt morgen. Ja, ich werde es jetzt morgen sein. Du will es nirgends du während der Show, Sweet! Dude, sweet! Will hurt like fuck. Ja, das ist perfekt. So, mein Tattoo artist in Hamburg kann dann mit den Klautsen machen. Okay, so we're done? It's ready? Okay, nice Tattoo. Will fall down and stand to all our lives. Will to be honest, I was going to be a heart. It's only me at my eye of me. No more cool with beans than one of the bees. Now I have a hint. Finish? Yeah, we got it. Kittos. Thank you very much. Thank you very much. Oh man, this is my fucking dolphin. I wanna make a photo too. So Mark. Your turn. Eat that! What the fuck, I can't go ahead, I'm gonna give it to you. I'm gonna give it to you. I can't forget what the fuck anytime I do. I'm gonna give it to you. Musik 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 Klaaschknaaade! Klaaschknaade in der Haus. Klaaschknaade, gib uns ein Resümee über die ganze Chose. Es war ein f***ing Klaaschknaade. Wenn wir das Hotel finden und überleben können, dann können wir sogar überraschauen. Ja, genau. Es war Klaaschknaade, oder? Ja, es war super Klaaschknaade. Wer war die meisten Klaaschknaade? Die Band. Es ist die Team. Die Team, die f***ing Klaaschknaade. Oh ja. Mein Navigation ist wiederum. Dann haben wir diese 5-star-hotel-Klaaschknaade. Ja, das ist wirklich. Ja. Ja. Ja.